Wissen Sie, wie man in Indien sagt? Der Zufall ist ein mächtiger Diener. Ich habe mich noch vorhin gesagt, die Autorin dieses Buches möchte ich sehr gerne kennenlernen. Ich mag ihr Buch. Es ist sehr indisch. Finden Sie? Prashant Balram. Freut mich sehr. Namaste. Namaste. Der Prashant Balram? Vielleicht. Natürlich. Ihre Stimme, ich habe jede CD von Ihnen. Der Weg zu meinem Ziel hält viele schöne Momente bereit. Ich muss diese Momente erkennen und genießen. Ich habe ein Ziel. Und dieses Ziel werde ich auch erreichen. Aber nicht mit Verbissenheit. und Ehrgeiz. Sondern mit Hingabe. Gelassenheit. Und Freude. Ich hätte auf Sie hören sollen. Sie haben vollkommen recht gehabt. Dann wäre alles anders gelaufen. Gäbe es dann auch dieses Buch. Was bedeutet das schon? Dafür die Liebe seines Lebens zu verlieren. Das ist ein schlechter Tausch. Ist das ein Ja? Ja. Wer auf die Jagd nach einem Tiger geht, muss damit rechnen, auch einen Tiger zu finden. ich bin ein Kind. hopes Untertitelung des ZDF, 2020